Bei den meisten Menschen ist ein 37. Geburtstag nichts Besonderes. Doch ein Panda-Bär ist mit 37 umgerechnet mehr als 100 Jahre alt, ein biblisches Alter und zugleich eine Premiere. Darum wird die Panda-Bärin Jaja zu ihrem 37. in Hongkong groß gefeiert. Ich kann heute bekannt geben, dass Jaja zwei Guinness-Weltrekorder aufgestellt hat, für den ältesten lebenden Panda in Gefangenschaft und den ältesten Panda, der je in Gefangenschaft gehalten wurde. Jeder Tag ist wirklich ein Geschenk. Und sie bewegt sich immer noch in der Gegend herum. Sie interessiert sich weiterhin für Essen. Wir hoffen, dass sie noch lange bei uns bleibt. Die Geburtstagstorte für die Ehrengäste bekommt Jaja nicht zu Gesicht. Ihre eigene besteht aus Fruchteis und Fruchtstücken. Aber vor allem futtert Jaja sich an Bambus satt. Das tun auch noch etwa 2000 Pandas in der chinesischen Wildnis, solange die Bambuswälder dort nicht gerodet werden, um Platz für den Menschen zu machen.